hallo leute und willkommen zurück zu crazy raymans kanal update news für die leute die es halt noch nicht kennen in dieser in diesem format informiere ich euch jedes mal wenn es irgendwas neues auf meinem kanal gibt zum einen die neue wochenliste ist fertig also ein bisschen sehr laut sorry die neue wochenliste ist fertig für die nächsten zwei wochen ja gut die links und 90 drinnen die werde ich jetzt halt auch die nächsten tage einführen fügen an den laufenden projekten hat sich noch nichts geändert und halt ich wollte euch halt auch noch mal erklären hier und wenn ihr irgendwas ja wenn er mir schreiben wollt könnt ihr das entweder hier über die diskussionsseite machen gibt hier einen kommentar ein da gucke ich eigentlich auch so ziemlich zeitnah denn drauf oder geht hier unter die kanal info und könnt natürlich auch an meine geschäftliche e mail adresse schreiben ja ich habe gerade schon video aufgenommen dann müsst ihr hier nämlich ein chapter eingeben halt so einen kleinen code mit zahlen ist er meistens oder halt so ein paar buchstaben dann könnt ihr hier auf die e mail adresse gehen entweder ihr klickt direkt auf den öffnet sich euer e mail programm so rum oder ihr kopiert das mit links klickt gehalten kopiert das dann halt na und dann geht er hier in euer e mail programm habe ich euch gerade auch schon so gezeigt so geht er denn hier auf neu ich bin ja bei outlook könnt das denn hier einfühlen führen fügen schreibt eure nachricht dann kommt das denn halt auch ziemlich schnell bei mir an ab hoch diese seite lassen so meine was machst du denn da jetzt jetzt will sie mich sogar so ein bisschen ärgern hier ja ansonsten gibt es leider nichts neues na also halt so wie ward gestartet den neuen kanal banner den habe ich jetzt schon ein bisschen länger drin das bildchen wird jetzt auch bald umgeändert demnächst ne sonst wüsste ich es nicht also viel hat sich eigentlich nichts geändert jedenfalls ihr könnt mal bei soul river 1 reingucken für diejenigen die es kennen würden sich bestimmt freuen und dass es mal wieder ein neues let's play gibt in 60 fps ist es natürlich und in bester qualität so die beste qualität die ich machen konnte ja leute das war es dann auch schon wieder von meiner seite aus und ich bedanke mich fürs zuhören fürs zuschauen ja also bis zur nächsten crazy rayman update news zum kanal macht's gut und leute schau